Derby-Time in der Vorbereitungsphase auf die Rückrunde. Der SV Burg Altendorf empfängt die Sportfreunde Niederwenigern. Und natürlich darf ein Mann bei den Sportfreunden nicht fehlen. Florian Machtemis erzielte in der Landesliga 2 bereits 15 Treffer und ist damit der zweitbeste Schütze der Liga. Den besseren Start erwischen jedoch die Gastgeber. Das ist Kreschnik Vladi, der es hier mal aus der Distanz versucht. Doch Alexander Gollz hat das Leder ohne Probleme und kann das Ding zur Ecke entschärfen. In der Folge dann auch mal etwas zu sehen von den Sportfreunden Niederwenigern. Das ist Marc-André Goizena. Oh, da fehlte nicht viel. Bisher ist es ein sehr ausgeglichenes Nachbarschaftsduell. Beide Teams drängen auf das Führungstor. Und da wäre es auch fast gefallen. Doch der Pfosten verhindert den ersten Treffer der Partie. Kurz vor der Pause dann nochmal der SV Burg Altendorf mit Lukas Kuhlmann. Doch wieder ist es Alexander Gollz, der überragend entschärft und das 0 zu 0 zur Pause bewahrt. Und auch nach der Pause bleibt das Spiel ausgeglichen. Hier erst kommt Simon Bukowski mit einem Dribbling nicht durch. Doch in der nächsten Szene ist auf einmal jemand frei durch. Und zwar ist es Kreschnik Vladi hier auf dem Weg zum 1 zu 0. Nein, sein Abschluss viel, viel zu überhastet. Und wenn man im Fußball die Dinger vorne nicht reinmacht, dann kassiert man sie eben hinten. So ist das alte Sprichwort. Und so trifft es auch meistens zu David Moreno González. Macht das 1 zu 0 für die Gäste nach Vorlage von Niederwenigerns. 15 Tore Mann Flo Machtemes. Burg Altendorf muss jetzt natürlich auf den Rückstand eine Antwort finden. Das ist wieder Kreschnik Vladi und wieder Alexander Gollz. Der Torwart wächst heute wirklich über sich hinaus und hält weiterhin die 0 fest. Wir springen in die 80. Minute. Machtemes sucht Steffen Köffler und das ist die Entscheidung. Wie da ist es Machtemes, der diesmal Köffler überragend im Rückraum bedient. Und der 23-Jährige lässt sich nicht zweimal bitten und vollstreckt trocken unten links zum 2 zu 0. In der Folge sind Burg Altendorfs Hoffnung auf einen Punktgewinn natürlich beerdigt. Am Ende darf sich immerhin Torwart Jan Unger nochmal auszeichnen. Doch das war's dann auch. Die Sportfreunde Niederwenigern gewinnen also mit 2 zu 0 beim Nachbarn aus Burg Altendorf. Und wir haben den zwei Vorlagenmann Flo Machtemes nach dem Spiel ans Mikrofon geholt. In der ersten Halbzeit hatten wir viele Probleme, glaube ich, bei den Mannschaften mit dem Platz. Es war ziemlich eisig, es war hart. Viele Bälle sind versprungen. Von dem her war es schwierig, gute Chancen rauszuspielen. Wir haben ein bisschen umgestellt, wir haben gewechselt vorne. Ich bin nach außen zum Beispiel gegangen. Da konnten wir schneller kontern. Haben den Gegner ein bisschen kommen lassen. Und wie gesagt, die Konter gut ausgespielt und dann verdient am Ende 2 zu 0 gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.